Hallo, heute sind wir im Logopark. Bis zum nächsten Mal. 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 Rocky ist ein junger Mädchen. Er ist sechs Jahre alt und anders mit den anderen Animasen. Er ist wirklich, wirklich, wirklich größer als die anderen, weil er nur ein Mädchen ist. Und zum Beispiel, er hat fast die gleiche Zeit als Perla. Perla hat fünf, Rocky hat sechs. Er ist wirklich großartig, aber manchmal wie ein Kind, wie ein Kind. Er ist auch ein wirklich guter Tier. Er ist so smart. Er ist wirklich großartig. Und er liebt alles. Er liebt viel mit alles. Er liebt viel gelatine. Er liebt viel gelatine. Er liebt viel gelatine. Er liebt viel gelatine. Und... Das ist es. Der einzige Unterschiede für die anderen ist, dass es ein Mädchen ist. Und du siehst es, weil es größer als die anderen. Jetzt hier haben wir Maggie. Maggie ist 18 Jahre alt. Und sie ist eine der anderen Mädchen. Sie sehen, in comparison mit Tara, ihre Mund ist thinner als Tara. Und wir erinnern sie aus. Sie liebt viel mit den Ballen. Sie liebt viel mit den Ballen. Das sind wirklich positive Dinge mit ihr. Aber sie liebt gelatine, zum Beispiel. Aber sie liebt gelatine, sie liebt gelatine zu spielen, und nicht zu essen. So, das ist eine Art von Errichtung. Wir können mit ihr machen. Und hier ist Perla. Perla ist, in diesem Fall, der Junge der Showgruppe. Sie ist fünf Jahre alt. Und wie Sie sehen, sie ist wirklich, wirklich kleiner. Sie ist wirklich anders als die anderen. In comparison mit Rocky, sie ist fast die gleiche, aber die Unterschiede ist, Sie sehen es. Und wir erinnern sie, weil sie hat die Whiskers, die kleiner als die anderen. Und die Mouth ist auch ein bisschen fat als die anderen Tiere. Und sie ist wirklich lustig, und sie liebt zu spielen, mit allem mit alles, mit großen Hosen, oder Rappen. Und sie liebt, sie liebt, sie liebt, sie liebt, sie liebt, die Toys, in den Boden. Und sie liebt, mit ihnen. Und sie liebt, sie liebt, mit dem Trainer, in freer Zeit, sie liebt, sie liebt, viel zu tun. dem Video einen Daumen hoch zu geben. Und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert einfach kostenlos den Kanal.